Papi, spielst du mit mir? Na klar. Mutter, Vater, Kind. Wer bin ich denn diesmal? Du bist mein Ex-Mann. Dann ist das meine neue Frau. Und das ist mein neuer Mann. Und wo sind unsere Kinder? Da und da und da. Die haben wir natürlich alle gleich lieb, ne? Natürlich. Also, diese Woche bekomme ich sie und nächste Woche bekommst du sie. Aber du darfst nicht vergessen, ihnen Sanos toll zu geben. Würde ich doch nie vergessen! Das ist doch das Wichtigste! Das war's toll!